Hallo zusammen, ihr kennt mich noch gar nicht, ich bin die Bianca und zwar bin ich Patrits Schwester und meine Älteren sind die Karl-Heinz und Irene Jona vom Bein und Jona. Ich stelle uns jetzt unsere Probierstufe vor. Schaut mal, hier was für schöne Obstlich ist. Hier draußen sieht man dann unsere alte Kellerei, dann kommt hier drüben die Terrasse hinten. Die muss erst noch gebaut werden. Wir haben einen ganz großen Baum und dann ist alles noch in Produktion. Mein Vater, der Patrik und Daniel, die bauen dann hier in der Politik hin, dass ihr beim Probieren könnt. Hier hinten kommt dann noch ein bisschen Abladen, eine Spülmaschine hinten. Und jetzt kommt, das ist meine Idee. Kommt mal mit. Das ist meine Gastro-Küche. Weil ihr habt immer Hunger, weil ihr besucht uns meistens zwischen 12 und 17 Uhr, wo überall nichts zu essen gibt. Und ich werde euch verköstigen. Mit Flammenkuchen. Wie geil ist denn der Ofen. Da werdet ihr richtig leckere Flammenkuchen von mir bekommen. So, jetzt warten wir noch, bis alles aufhört, bis Corona vorbei ist. Und ich freue mich auf euch. Macht's gut. Jetzt kommt. Musik